Schön, dass Sie sich auch dieses Video anschauen. In diesem Video befassen wir uns schwerpunktmäßig mit Ballons und Tauch. Wenn das Brautpaar aus dem Standesamt der Kirche oder der Freien Trauung kommt oder an der Feierlocation ankommt, könnten wir einen schönen Empfang vorbereitet haben. Sobald das Brautpaar unseren roten VIP-Teppich erblickt, fangen die Augen an zu leuchten. Sie haben ein Farbthema? Kein Problem. Wir können uns darauf einstellen. Hier ein Überblick der möglichen Teppichfarben. Mit dem Spalier und dem Jubel der Gäste schreitet das Brautpaar zu unserem Arrangement. Hier bieten wir zwei Möglichkeiten. Entweder kommen Ballons aus dem Korb. Langsam anheben. Oder eine von Ihnen gewünschte Anzahl weißer Brieftauben. Bei der Ballonvariante haben wir zusätzlich eine romantische Szene für das Brautpaar integriert. Mit Hallen verwandt erzielen wir gemeinsam an den Ballons. Sowohl bei der Ballon- als auch bei der Taubenvariante entscheiden Sie selber, ob Sie als Brautpaar eine weiße Brieftaube fliegen lassen möchten. Wie Sie sehen, werden von dieser Aktion gerne Fotos gemacht. Und die Hochzeitsgesellschaft ist von unserer Aufführung begeistert. Nun gehen wir zu den Ballon-Ständern, schneiden die Ballons ab, um so eine schöne Aktion zu initiieren. Unseren V- und Tauben-Service bieten wir für alle an, die noch schöne Familienfotos machen möchten, um so ein tolles Familienfotomotiv zu bekommen. Schauen Sie sich auch gerne die anderen beiden Messe-Videos an. Schwerpunkt Sekteempfang und freie Trauung. Tierschutz. Wir haben vom Veterinäramt die Freigabe, unsere weißen Brieftauben auf Veranstaltungen fliegen zu lassen. Wenn Sie mögen, können Sie sich in diesem Video die Ausbildung der Hochzeitstauben und die Umsetzung des Tierschutzes anschauen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich freue mich auf Ihren Anruf. Bis später oder bis zum nächsten Video.